Ich habe die große Ehre, bekannt geben zu dürfen, dass Frau Zachanashia der Gemeinde Güllen beabsichtigt, eine Milliarde zu stiften. Lass doch das Städte meiner Jugend nicht im Stil. Ich gebe euch eine Milliarde und kaufe mir dafür die Gerechtigkeit. Weltberühmte Damen haben ihre Marotten. Du hast mit Verraten. Wer bedroht sie denn? Niemand will sie töten. Niemand. Sie jagen mich wie ein wildes Tier. Die Welt machte mich zu einer Hure und darf ich sie zu einem Gott erheb. Ich warle dich klar, wenn du jetzt nicht sagst, dass alles nur Spaß ist, ein grausamer Spaß. Musik Es fehlt die sittliche Bestimmung einer großen Verwaltung. Verschwinde, Hobie. Musik 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 Musik